Die im Monat Juni feiern, heute hier im Saal, also heute oder in den vergangenen Wochen, die dürfen sich jetzt gleich melden, wenn Toni hier im Saal auf die Suche geht und fragt, wo ist das Geburtstagskind? Der freche Schwarz am Dach tut uns heut Morgen wach. Die Sonne hat sich wein gemacht. Heute gratulieren wir, heute musizieren wir. Nur das Geburtstagskind ist immer noch nicht hier. Wo ist das Geburtstagskind? Wo, wo, wo? Alle, die gekommen sind, freuen sich so. Wo ist das Geburtstagskind? Wo denn groß? Ohne das Geburtstagskind geht es nicht, geht es nicht. Ohne das Geburtstagskind geht es hier nicht los. Auf dem Geburtstag heut' haben wir uns so gefreut, mit einem Strauß stehen wir vorm Haus. Wer wohl zuerst entdeckt, wie deine Torte schmeckt? Hey du Geburtstagskind, wo hast du dich versteckt? Wo ist das Geburtstagskind? Wo, wo, wo? Alle, die gekommen sind, freuen sich so. Wo ist das Geburtstagskind? Wo denn groß? Ohne das Geburtstagskind geht es nicht, geht es nicht. Ohne das Geburtstagskind geht es hier nicht los. Ohne das Geburtstagskind geht es hier nicht los. Ohne das Geburtstagskind geht es hier nicht los.